Moin Leute und Willkommen zu einem neuen Part Titan Quest. Ich weiß nicht, ob das mal noch ganz drauf ist und meine Aufnahme-Occup-Kurs gelaggt, aber egal. Wir sind hier gerade in Megara. Letzten Part sind wir hier angekommen. Offscreen haben wir noch ein bisschen was gemacht. Ich habe meinen Tunika zum Beispiel, Olive gefärbt. Und wir haben versucht ein Artefakt herzustellen, aber es ist erstens zu teuer und zweitens fehlen uns noch zwei Teilchen. Aber ansonsten sind wir fast fertig mit dem Scheißteil. Was für wahrscheinlich kompletter Möllus. Und ja, ansonsten haben wir noch ein paar Sachen für Geschicklichkeit gekauft. Also ein Amulett, glaube ich, ein Ring. Nein, den anderen Ring. Ja, genau den. Damit ich beim nächsten Level ab, glaube ich beim nächsten zumindest. Ja, nee, doch. Warum sind jetzt plötzlich Katzenmenschen schon hier? Das ist übrigens die Katzenmenschen, von denen wir geredet haben im Part davor. Ja, weil die Sachen halt so ein bisschen random sind. Warte mal. Was? Hallo Kuhn, dir. Kann ich mal key wollen. So, dann könnte ich nochmal ein Insta-Hit anmachen. Du meinst, Eichenherz meine ich. Und mir ist aufgefallen, dass das Haus ein bisschen zu leise war in meinen Videos. Ich bleibe quasi immer noch ein Stückchen lauter, weil die ist immer noch ein bisschen leise. Und, ähm... Jetzt, du wirst das. Sind aber... Ich glaube, das kommt einfach vom Spiel, weil das läuft auch nur auf Aufnahme nicht so flüssig. Und den haben wir ja letztes Mal schon geknochen dem, oder? Oh, scheiße, Mann. Ja, ich bin dort, ich bin dort, ich bin dort, ich bin dort. Du lebst noch, oder? Ja, noch, ganz knapp. Der typische, der Marsch in deinem Kopf, ey. Geh weg, da. Wieso? Wo standst du denn, oder? Ich stand nebenhin drin. Achso, ja, weil da gibt's doch. Er ist tot. Jo. Was ist das für eine Rüstung? Braucht ziemlich viel Stärke, aber ist ziemlich gut. Die packe ich mal mit. Hast du überhaupt Stärke? Ne. Wie viel Stärke brauchen die? Äh, 126 auf 111. Oh, das ist ziemlich viel. Das stimmt, da ist ja ein bisschen weg, hm. Na, ich wünsche, dass ich, weil Zombies kein Blutungsschaden mache, weil Zombies haben eigentlich Blut noch. Nicht unbedingt. Ja, aber trotzdem. Bei Skeletten kann ich's verstehen, aber bei Zombies, dann kann ich ja wenigstens. Was? Hast du gestorben? So. So, wir haben die Trank nehmen. Ich glaub, drei Hundies konnte ich noch nicht machen. Weißt du, wir sollten zusammen rumlaufen, sagt der eigentlich in eine andere Richtung. Ja, wo bist du denn? Ja, du bist weggelaufen einfach. Ich bin tot. Warum? Weiß nicht. Da war ein Skelett. Da war nicht nur eins. Ja, als Zweiter hast du doch eigentlich, hast du doch Traum genommen, oder? Ja. So, okay. Wollt's noch mal wissen. Wie viele sind hier denn? Ja, siehst du, warum ich gestorben... Alter, das ist schon wieder so ein Held. Ja, das ist doch... Bruderknochen, Zunderknochen und dieser Eis da. Ich war grad instant tot. Ja, ich hör auch so gut, wie? Meinst du, die Typen sind noch ein bisschen stark für uns? One-Hit, Alter! Was ist los mit dem? Bist du tot? Ne, fast. Von den ficken wir jetzt. Der Typ ist schon ein bisschen stark. Minimal. Ich mach schon die ganze Zeit meines Specials hier. Okay, es hat nichts geholfen. Er ist immer noch... Er ist fast tot. Ich auch. Ich nicht. Ja, er fokussiert auch grad mich. Hat der was Schönes fallen lassen? Hm. Aber alles ist ziemlich viel stärker, aber ist ziemlich gut eigentlich. Oh. Was? Hm, ich hab grad nichts blaus gefunden. Hast du wirklich nicht? Nein. Nein, wirklich jetzt. Ja klar, ich hab das blaus gefunden, Mensch. Ich muss nur anfangen. Ähm, ein Stab, glaub ich. Also ich... Ein Speer oder ein Stab, ich bin mir nicht sicher. Ich guck kurz nach. Also nichts für mich. Nein, was für mich. Und die Maus hakt übrigens immer noch. Ein Stab, leider. Was für ein? Äh, Siphon. Weil sie asiatisch an. Blitzschaden. Moment, was soll ich... Was soll ich grad noch so... Quests war... Wollen wir nochmal Quests? Cool, ne? Ja. Nebenaufgaben. Ein Allzeitkrieg, einfach gibt's Quell. Die können wir nicht abschließen. Schussfragneuigkeiten. Doch wir könnten sie jetzt abschließen, weil die Gegner neu gespawnt sind. Wollen wir machen? Ja, machen wir, nachdem wir das, äh... Aus dem Gebiet raus... Okay. Ist das der Nächste? Ne, das ist doch kleiner. Ja, aber das sind zwei, ein Zauberer und ein Pimmel-Lutscher. Alter, ich bin tot. Also, ich bin ja fast stimmst, denn ich hab so überhaupt kein Pansom und nichts. Ey, du hast einen ziemlich gute Rössern gehabt. Ich hab immer noch einen schlechteren als du. Ja, und? Und du hast schon allein mehr Leben. Äh, guck mal auf dein, auf deine Quest, so ob du jetzt auch die, äh, Quelle abschließen konntest. Monsters. Ja, wieso sollte ich die nicht abschließen können? Ja, guck doch einfach. Hau ich doch gerade. Ja, und es geht, ganz normal. Ja. Äh, warte mal, Psy-Beruhrung könnte ich ja darauf machen. Worauf? Auf rechte Maus, äh, auf linke Mausklick. Ja, was hast du nicht auf linke Mausklick, was anderes? Ja, normalen Angriff halt. Achso. Achso, ja, aber ich hab ja zwei Stöcke und da geht das ja nicht. Ich hab ja einmal, äh, kalkulierter Schlag und dann noch Ansturm, oder wie es hieß. Wo war denn der letzte? Ich hab übrigens nur noch vier Heiltränke, weil ich so viel bei den, äh, bei diesen riesigen Gegnern benutzen musste. Ja, ich hab noch 21. Schreiner Meisterschaft, chill dich. Lass mal hier links rum. Ja, aber es fehlt uns doch noch ein, äh, ein Skelettgegner. Einshaft? Ja, es waren drei, oder? Ja, wir haben noch drei gekillt. Ja, nein, wir haben zwei getötet. Einmal den, äh, Zunderknochen und einmal Modaknochen. Können wir gleich nochmal gucken. Warte, ich bin grad. Knochige Banditen. Drei Prinzen. Ja, als Ruin, doch wahrscheinlich war es einfach nur so, Gegner, oder? Ja, kann sein, ich weiß es nicht genau. Ey, Messer, alle weg. Na. Warum gehen wir hier lang? Ist hier was Besonderes? Eine schöne Landschaft. Ja, warum gehen wir nicht rechts lang? Ist da keine schöne Landschaft? Kommen wir nicht Arie? Ja, auch Arachniden. 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 Tsch, 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 tsch. Lass es einfach passieren. Ich muss echt mal eine, äh, Störwelle hören. Es geht nicht, ist noch ziemlich schlecht. Hauptsache, du läufst sofort vor und lootest alles. Normal, hi. Du bist echt schon ein Looter-King, ey. Danke. Wohin gehst du denn? Die nächsten Fackeln anmachen und dann hier rum. Hier kommt übrigens bald eine sehr schöne Quest. Hat die was mit was Großes zu tun? Ähm, ja. Auf gewisse Weise schon. Also nein, die hat was mit dem Monster zu tun. Ja, mit dem Großen. Nein, ich meine nicht den Heim. Nein, das meine ich auch nicht. Hier ist noch ein Gegner, hier ist, äh, Frostknochen. Hilfe! Ich bin hinter dir. Und greift diesen Spaß die von hinten gerade an. Alter, wie sind die plötzlich so stark alle? Hast du eine andere Schwierigkeit gerade gestartet? Nein, ne? Ich habe die ganzen Einschalten so gelacht. Ich meine, ich muss die ganze Zeit Heiltränke nehmen. Hallo, mach das Teil. Zauber auch langsamer. Ja, nice, nice, nice. Er greift seine eigenen jetzt an. Ich habe keinen Halskrank mehr, du musst mich jetzt immer hielen. Ich habe dich gerade gehealt. Ähm. Jetzt ist vielleicht ihn mit angreifend, sondern wer ist tot. Hilfe, Heal. Okay. Dein Heal ist anhör, dass das mal war, ne? Wieso? Der Heal nicht mehr voll. Doch, er hat dich eben voll gehielt. Ja, hast du erst noch einen Heal vielleicht? Ich bin oft fast tot, Alter. Aber er hat auf mich Arko gehabt. Oh, bei mir ist es doch schon mal... Weil ich muss nur jetzt schweißen. Fuck, man. War es das jetzt mit der Quest? Ja, man. Geile Dinger, ey. Und einen geilen Schild. Der mit 10 Stärke plus bringt, wo ich jetzt 109 Stärke wegen habe. Ich gehe mal kurz nach Megara. Ich hätte noch ein Schwert für dich, aber das ist nicht golden. Egal, ist das gut? Ähm, 20 Stärke, äh, 20 Schaden? Ich kann gar nicht gucken. Ähm, ne, bis 20 Schaden brauche ich nicht. Da habe ich erst mit 13 Schaden plus noch was Goldes. Okay. Gut, ne, ne. Lass mal bitte dein Portal auf und ich gehe auch durch. Ich habe zwei blaue Sachen im Inventor. Oh, doppelack, natürlich. Oh, ich habe auch noch ein Schwert. Oh, das macht Angriffsverlangsamung und Geschicklichkeit nämlich das hier. Willkommen, willkommen, ein edler Krieger wie du. Ich bin sicher, dass ich genau das habe. Ich habe eine Rüstung für dich. Was für eine? 116 Stärke erforderlich, 36 Rüstung. 36 Rüstung habe ich auch mit, äh, 14% Blitzwieherstunde. Und deine? Äh, 32% Gesundheitsregeneration und 55 Stärke, äh, 55 Energie. Ja, nehme ich lieber die. Gut, weil die Stärke kriege ich eh nie. Äh, ja, ich habe ja schon fast so viel Stärke. Okay, den Armschuss behalte ich noch, weil der... Brauchst du Beinschienen mit 24 Rüstung? Äh, Beinschienen mit 24... Ja, ich habe nämlich 20, 08 Durchschlagsviderstand. Ja, kriegst du gleich. Die sind das dran, was ich rüstung. Die hat, alter, hier ist ein Armschir mit 44 Rüstung, aber auch 151 Stärkewohnen dafür. Alter. Ich glaube, die behalte ich erstmal im Moment, die brauchen nur ein bisschen. Na, hier sind besser 30, 36, 36 nehme ich lieber die hier. Habt eine Essenz von Artim... Aternis Bogensehne. Also, das ist für mich. Ja, ich kämpfe ja immer mit zwei Schwerter. Liegt da. Jo, ähm, das kann ich dann auch noch verkaufen, oder? Also, ich habe jetzt wegen Starboard die ganze Zeit will ich eh drücken. Erstmal Gesundheitstränke kaufen, so 20. Möchtest du die andere Rüstung dann haben, die du wahrscheinlich auch nicht benutzen kannst? Ich denke, das war mir einfach... Ja, du kannst ja auch nicht benutzen, das hat genau die gleiche Anforderung. Oh. Willkommen! Behehre mich bald wieder! Schnaufe. So. Lagerplatz für den schwer beladenen Reisenden. Ich gucke da mal die Sachen, ne? Einen guten Tag wünsche ich dir noch. Und hier haben wir übrigens, äh, ARK eine Schriftrolle, der macht... Jetzt wollen wir dann so ein Blattlied machen. Da fehlen es halt noch ein paar Teile. Wo habe ich das Schwert überhaupt noch? Das kann ich ja verkaufen. Hört man eigentlich das Prozessor? Ne, leider nicht. Ich kaufe ein bisschen mehr Stauraum. Das hört man nicht? Ne, höre ich nicht. Gut, gut. Ist so dunkel hier. Gut, gut, gut. Nachts ist ja auch kälter als draußen. Auf jeden Fall. Ja, geh mal bitte durch das Porto, ich will es weitermachen. Bin ich schon. Achso. Ich dachte, du stehst neben mir noch, beim Händler. Ich würde gerade einfach nur Iden. Warte halt nicht auf mich, ist okay. Ne, ne, schon gut. Äh, können wir die Quest jetzt abschließen? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ich glaube, das waren... Ich glaube, dass diese Knochen waren einfach nur stark Gegner, die hier rumlaufen. Ich glaube, in den Ruinen sind noch mal die Leute drin. Das könnte sein. Alter, sind die Spinnen stark, ey. Irgendwie ist alles plötzlich viel stärker, oder? Habe ich auch das Gefühl. Ja, wahrscheinlich wurden die Gegner auch gespawnt für uns das damalige Level. Halt nur ein bisschen höher. Und jetzt starten wir halt auf einem direkt höheren Level, oder? Das könnte... Ich glaube ja nicht. So ziemlich dumm sein. Alter. Was? Was denn? Ähm... Weiß ich nicht mehr. Was ist behindert? Bisschen. Bisschen. Ich wollte mir Energietränke kaufen, scheiße. Ich habe selbst nur 6, ich kann nicht so viel abgeben. Also mein Geil macht mich voll. Oh, ich sehe schon die nächste Stadt. Wo? Hm, rechts. Ist okay, ich habe da so eine Brücke kaputt, ne? Ja, genau, da kommen wir noch nicht rüber. Es war ein wilder Kampf. Schnaufe zu halten, ich nehme dich nämlich im Singleplay mit. Ich habe mal die Dächter hier an. Hast du einen Timer gestartet? Nein. Okay. Ich auch nicht. Wie lange zocken wir etwa schon? Ich habe keine Ahnung. Sagen wir mal 5 Minuten, machen wir es nach 15. Muss ich kurz einen Timer starten und nebenbei ein paar Spinnen verprügeln. Ich hasse es, wenn mein Handy sich nicht automatisch so schnell... Also, ich drücke euch das auf und das sperrt es mich einfach nicht. Beziehungsweise geht es halt nicht auf den... Weißt du? Hm, I know. Timer, 5 Minuten starten. Wo willst du eigentlich schon wieder? Ja, ich bin weitergelaufen. Warum geh wenn ich hier rein? Ja, will ich doch gerade hin. Der Eingang ist da rechts. Wo ich gerade war. Ich will aber halt ein bisschen alles erkunden und alles töten. So, ne, das geht's genauso. Noch was gefunden, was wir töten sollten. Ja, ein paar Zäumchen und so. Ja, habe ich hier auch schon. Also, die normalen Gegner gehen, also sind aber noch normal, ne? Relativ. Da habe ich nicht so große Probleme. Also, außer dass ich halt Schaden mache. Ich habe hier einen Monstergegner, einen Monstergegner, einen Monstergegner. Alter, wie viele Monstergegner werden wir auf einmal kriegen. Ich glaube, das ist hier aber normal. Das hatte ich auch, äh, damals einen Singleplayer. Ich weiß das nicht mehr. Einfach zu lange her. Ne, ich komme mich hier an erinnern, dass hier ziemlich viele Gegner kamen. Die Übertrieben. Aber wir hatten auch, äh, diese ganzen Zünderknochen und Moderknochen hatten wir letztes Mal auch nicht. Wir haben da, äh, zwar einen großen Gegner getrunken. Ich bin jetzt vertut. Ich weiß nicht mehr, was letztes Mal war. Ich habe übrigens die Agro von dem Dicken. Oh, Tränke, Tränke, oh geil. Gehen wir rein jetzt? Ja, warte. Warum warten? Warum nicht warten? Ich will töten. Ich auch. Wollte ich bei Starborn auch und du bist einfach... Ne, ich will jetzt mein Schiff dekorieren. Ja, ich wollte mein Schiff auch dekorieren, das ist ein bisschen wichtiger. Hallo? Hallo? Sind hier Gegner? Ich gehe links rum mal. Das sind Spinnen, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Sind die stark, die Viecher? Ja, das ist ein kleiner Spinnen bisher. Vielleicht sollten wir jetzt zusammen rum... Nein, sollten wir nicht! Oh, ich habe einen von den Bossgegnern. Ja? Ja, noch so ein Feuer, was gesagt. Wie heißt der? Äh... Polypors, Prinz der Klinge. Der hat Schwerter. Hoffentlich ich, nämlich. Tuck! Hey, hier. Ich bin tot. Instakill. Ich habe übertreiben viel Schaden. Hm? Ich habe übertreiben viel Schaden. Ich stand die ganze Zeit da vorne, habe draufgeholen, habe keinen Schaden gekriegt und war nämlich tot. Mach mal bitte ein Portal. Ich habe von denen nur einen Helm bekommen, der ganz gut ist. Und sonst war es das. Was habe ich von denen noch mitbekommen? Die Schwerter waren nicht gut? Äh, das war ein weißes Schwerter sogar nur. Egal, die Morph. Warum? Die können Dabs viel Damage machen. Ja, aber meine sind ganz gut bisher. Okay, ich sollte weniger sterben. Äh, warst du in dem einen Raum hier drin? In welchem? Oder ist das der Eingang hier? Das ist der Eingang, oder? Ja, das ist der Eingang. Okay. Haben links noch was? Äh, rechts? Ja, da... Es geht halt weiter. Es ist halt, äh... Ziemlich komisch aufgebaut. Ja, ja, kenn ich. Also reicht euch. Ich bin nicht nur bis, äh, zu der Kante gegangen, wo du jetzt bist. Ja, die Sprinten kenne ich aber schon. Ja, ich auch, aber halt, ähm... Ich hab sie eh schon kalt gemacht. Ne, aber bisher im LP waren die halt noch nicht. Eben gerade schon, bei mir. Da waren sie ein paar Stück. Hier ist übrigens einer, der... Da ist übrigens ein Typ, der hat Eichen, der hat sie gerade drei Gegner von ihm weggepult. Okay. Ne, vier sogar. Äh, okay. Ja, der da. Den hier meinst du? Den exhumierten Toten, der tot ist? Nein. Äh, äh... Hä, woher haben die Eichenherz herbekommen? Ja, von dem exhumierten Toten. Ja, aber normalerweise gehen doch exhumierte Toten sowas nicht. Äh, die haben halt alle ne Special. Aber es war jetzt... Der Bossgegner ist da oben. Vielleicht kam das von dem. Wo gehst du denn schon wieder? Wir sollten zusammenreisen. Geht doch die ganze Zeit rechts rum. Ja, aber du gehst die ganze Zeit nicht da, wo ich hingehe. Sag einfach nur, du Bossgegner, was ich loot hier gerade noch ein paar Schreine. Särge meinst du? Nein, die heißen Schreine. Ja, aber es sind Särge. Ja, aber sie heißen Schrein. Ich wollte nur den korrekten Namen vom Spiel benutzen. Ich hab wieder Bestienrufe abher. Ich glaube, hier kommt was Weißes aufgesammelt. Geil. Oh, 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 oh. Wir hier einfach mal schon tausend Gold rumliegen. Okay. Die haben auch Eichenherz. Die Krähen hier. Okay, die Krähen sind schon mal alle erledigt? Jetzt? Ja, das kommt von dem Typen, ja. Okay, noch mehr? Warum haben wir Eichenherz eigentlich nicht an? Ich bin gestorben. Ja, und warum haben wir es jetzt nicht wieder an? Okay, ich mach mal mit bei den Skeletten. Aber ich vergesse noch viel anzumachen. Warum machst du es jetzt nicht wieder an? Mach ich jetzt. Warum lootest du immer alles? Weil ich will. Ich hab kein Eichenherz übrigens. Oh, kurz später. Was würde ich? Schreibt ja, meiner. Ja. Kann ich nicht benutzen. Wieso? Stufe 18. Aber jetzt ganz gut. Ja, ich glaub, man kommt von unten in den Raum rein. Kommst du mit? Warte. Wieso muss ich immer auf dich warten? Jetzt ist ja aufs zu SMLP. Nö. Doch, du hast jetzt auf. Wenn du wenigstens wüsstest, pass ich erst, ne? Skittels. Nein. Skittels ist das Beste, was es gibt. Ich bin übrigens gerade beim Bossgegner, aber du ja nicht kommen wolltest. Krieg dich doch. Ja, warum kommst du denn? Ich hab gesagt, komm mit, wir gehen jetzt den Bossgegner, von dem wir von unten rein kommen. Sonst müssen wir einen riesigen Umweg gehen. Nein, du gehst lieber weiter. Ich bin falsch rumgegangen. Jetzt hab ich auch gesagt, komm mit. Und du weißt, nee, warte. Ja, du wartest ja nie. Ja, und dann gehst du einfach weiter, anstatt mitzukommen. Ja, aber ich dachte, du bist in die andere Richtung gegangen. Ich hab einen Hut gekriegt, wo du reingegangen bist. Und wenn ich nicht da gewesen hätte, der Typ hat dich eiskalt, kalt gemacht. Genau. Jetzt kein Platz mehr. Okay, ich sollte mal X drücken. Wurzestportal. Ich sollte X drücken anstatt alt. Warum? Na so. Was macht denn X nochmal? Andere Gegenstände anzeugen. Nur Gold, oder? Oder was alle? Nur Gold. Ähm. Was? Nichts, nicht. Das war eine andere Gegner? Was Gegner? Ich kann auswesend, der Kugel drücken mit Tod. Passt. Ich war hier. Okay, meine Schockwelle ist inzwischen ganz gut. Brauchst einen Bogen? Ich hab einen Bogen der Flinkheit, ich benutze ja keiner. Ja, bring mal mit. Klar, ich stehe kilometerweise davon weg und krieg trotzdem noch Gift-Schaden. Oh, du bist jetzt echt tot. Ich bin tot. Schon wieder? Ja, ich hab ein Schrein geöffnet, wo Gift drin war und ich sah das Gift nicht und stehe genau drin und hab auch keinen Schaden gekriegt. Äh, Perlen des, äh, Bestienrufers brauchst du, das brauchst du nicht, oder? Ähm, ich bring den. Äh, 5% Elementarschaden und 8 Elementarschaden. Nee. Äh, falls es euch übrigens auf den Sack geht, dass ich so oft sterbe, interessiert mich das nicht. Tut ihm nicht leid. Oh, nein, nicht wirklich. Ich sterb halt ein bisschen öfter. Wenn mir was egaler wär, ey. Wie weit bist du beim Level? Ähm, beim Helm. Achso. Ich bin bei der Welt, wie kannst du schon beim Helm sein? Weil der Helm 1, 2, 3, 3 davor ist? Ja, aber trotzdem. Vorher, du musstest jetzt beim Waffenwechsel maximal sein. Nein. Ja, doch, du bist doch jetzt die ganze Zeit gestorben. Da verliert man ein Teil seiner EP und ich war immer, äh, EP weit voraus. Ja, man verliert ja nicht viel. Oh, hier ist übrigens eine Falle. Gegen die ich jetzt über... Oh, nein. Ich mach's auch nicht übertrieben Schaden. Ich sollte aber eigentlich mehr machen. So 50%. Ich hab irgendeinen Trick gegengefallen. Ich weiß auch nicht mehr den Trick. Das letzte. Fuck. Scheiße. Halt den einfach mal, die Agro. Geschaffet. Oh, Goblins. Goblins? Hm. Hier, Knochen... Äh, Knochen... Nach, 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 diese Mischgeburten. Wie ist das passiert? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich auch nicht. Gut. Der ist aber erst, wie? Ich bin reingegangen, hab ne Schockwelle gemacht, hab zwei Mal draufgeschlagen, war tot. Ja. Das Spiel ist gar nicht zufrieden, mich. Hab die Quest versehentlich fertig gemacht. Egal, ich hab die Fähigkeit bekommen und Geld. Und gelevelt. Intelligenz ist nicht so meins. Ich denke, dass du hier fündig wirst. So. Spielerstufe 12 ist nicht so meins. Oh, 10 auf Geschicklichkeit. Gut, Spielerstufe 12 ist gerade ganz schön meins geworden. Ich mach dann einmal auf Zwei-Waffen-Kampf. Dann mach ich noch bei Gaunerei. Entschuldigung. Mach ich noch, äh, einen auf... Giftschaden und noch einen aufs Wurfmesser. Alter, für Spielerstufe 18 ist der echt scheiße. Wer? Der Speer, der Grüne. Mach genau das Schaden. Sag ich deine Grabe aktivieren, oder? Kommst du noch rum? Ja, mach ruhig. Bringt nur ein bisschen Erfahrung für dich. Ich glaube, das kann ich gar nicht aktivieren, weil wir in der Gruppe sind. Ich mach dir schnell im Portal hin. Brauchst du ein 20er Schwert? Schaden 20? Dann nicht. Gut dann nicht. Jo, also die Ruine ist fertig. Portal steht neben deinem Grab. Platz habe ich noch. Halbwegs genug. Was für Quests müssen wir noch fertig machen? Äh, Schiffsfrag Neuigkeiten und angemessene Opfergabe. Hm, Sitzwiderstand brauche ich nicht. Energie brauche ich schon. Oder Lebensmittelsbesser. Der Tacho. Halt die Schnauze. Noch drei Minuten. Ich sag, wir haben jetzt schon so total überzogen. Wahrscheinlich. Aber macht grad Spaß. Ja, ich hab Bock, gleich noch ein paar aufzunehmen. Ja, ich weiß nicht. Ich hab auch irgendwie Bock, aber ich will noch was essen. Wir haben echt viel zu lange Dings aufgenommen. Äh, also gezwackt mich auf, Entschuldigung. Ja. Äh, machst du mal bitte draußen ein Portal hin? Ich hab aber dein Grab schon gemacht. Ja, ich hab jetzt hier noch ein neues und mach mal bitte draußen eins. Hab ich. Noch vier Minuten raus. Zauberer-Sachen. Man kann auch immer, also man kann fast sofort immer sehen, was Zauberer-Sachen sind, was nicht. Und hier krieg ich auch noch Skill. Dann pack ich jetzt auf Stärke ein. Und dann auf, äh, Geschicht. Und der Jaklutsch ist einfach schon gelevelt. Ich bin auch schon wieder fast bald drei. Über drei bald einfach. Ah ja, die sterben jetzt alle. Nein, die retten wir alle. Hier ist übrigens ein, äh, netter Gegner. Das hatte ich übrigens schon wieder vergessen. Scheiße, Mann. Über den meinte ich doch die ganze Zeit. Ja, ich... Alter! Der macht mir einfach 200 Schaden. Jetzt hör auf damit. Der hat meinen Wolf schon getötet. Fokus mal Fischi, bitte. Okay, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Also der ist übrigens ein bisschen blöd in der Birne. Ich denke mal, sein Gehirn wird so groß sein wie meins. Und er ist dafür einfach nur achtmal so groß. Hm? Also gigantisch wird es sein, das Gehirn? Ja, aber dafür ist er achtmal so groß. Geh weg, geh weg, geh weg. Wieso? Er hat wieder dich, er hat wieder dich. So hübsch. Er hat meinen Wolf übrigens auch nicht genutzt. Und mich ist fast auch mit seinem Schrei. Ja, du solltest nicht hinter ihm stehen. Äh, nicht vor ihm stehen, wenn er schreit. Hab ihn. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Also wie man sieht, er ist ganz schön blöd. Er rennt einfach die ganze Zeit im Kreis. Wir haben ihn jetzt und er ist tot. Zyklotenkeule, ja man. Die macht ganz schön Schaden. Zeig mal her. Scheiße, sie kann ich nicht mehr benutzen, weil ich mehr Stärke brauche und das macht Stärke. Dann fack ich sie jetzt hier rauf. He he. Du kannst sie doch eh nicht benutzen. Klar kann ich. Das ist keine scharfe Waffe. Ja, aber sie... Trotzdem. Ich kann sie kurzzeitig benutzen. Was ist denn da? Nice. Der Paar ist vorbei. So. Wollen wir noch kurz in die Höhle reingehen? Ich hab nichts Gutes gekriegt. Was ist denn hier noch? Hier sind nur Kleinviech. Okay, dann wenden wir mal den Paar an dieser Stelle, würde ich sagen. Und dann... Moment. Alter, alter! Was? Verzauberte Perlen die Energie bekommen. Okay, die Keule ist echt ganz gut, aber... Energieentzug nur, da brauche ich nicht so wirklich. Ich verhalte hier aber gleich, weil sie cool so aussieht. So. Ich hab ein Helm mit neuen Rüstungen bekommen. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ich hoffe, der Paar hat euch gefallen und haut rein. Ciao. Tschüss. Tschüss.